Das ist mittlerweile 35 Jahre her. Vor 15 Jahren habe ich den Hof dann übernommen als Eigentümer. Und die erste Amtshandlung von meiner Frau Nette und von mir waren dann halt den Hof mit sofortigem Datum hinumzustellen auf Ökolandbau. Wir haben uns dann beim Biolandverband angemeldet als Mitglied. Und mit allen Konsequenzen, das war uns egal, auch materiellen, das war uns sowas von egal. Wir wussten nur, wir machen es anders und stellen den Hof um. Dass das einmal jetzt die Lebensversicherung für diesen Hof geworden ist, hätte ich damals nicht vermutet. Wenn wir den Hof nicht umgestellt hätten vor 15 Jahren, würde es ihn heute nicht mehr geben, weil er in das Prinzip Wachs oder Weiche überhaupt nicht reingepasst hätte. Ja, das ist mein Mutmoment gewesen. Ja, das ist mein Mutmoment gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020